Fliegen wollen wir. Fliegen, fliegen. 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 Mins Fliegen. Ich hab immer nochrazell angels. Lach Leuch. Du hast kein Schlag. Da das meine Bank. Bist ihr dich sicher? 2, 1, Y Kra. Ich hab kein Schlag. Gehen wir weiter hinten? Geht hin oder? Nein, nein, eh noch so. Ja, so in dem Bereich dann. Ja, ja. Bin ich da? Ja, ich hab's gesehen. Feindliche Hubschrauber. Feindliche Hubschrauber. Ist eh schon abgestürzt. Ich brauche noch immer irgendetwas. Schreckt mich nicht. Ja. 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 Ich komm schon. Ja. 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 Ja, naja. Ja. 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 So, denn nutzlos darf laufen und ich nicht. Hallo, ich hab's gott so. Wo ist denn ich noch nicht herringt? So, komm her, den muss parken. Hey, wir haben coole Weg. Kommst du her? Ja, komm her. Dann fliegen wir weg. Ich flüge. Ich flüge, ich flüge. Jetzt aber schnell hier. Oh, zwei. Ein paar Autos links von uns. Ja, dann fallen sie so. Ich seh ich nicht hin. Keine Ahnung über dich. Komm, komm. Siehst du? Nein. Nein. Warte auf. Was sind sie denn hier jetzt hängen? Gut, auch. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Wir fliegen auf. Warte auf. Wir fliehen. Fliegt da rum. Da. Oh, warte. So weit? Ja. So, ich spring dann gleich an. Ich bin auch gesprungen. Ich auch. Der Heli fliegt immer noch dort rüber. Wow, 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 wow. Otto, Gegner. Gegner, Otto. Hallo. Wo ich markiert hab. Warte. Warte. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Warte auf. Shakti? Ja. Na, die sind schon da. Ana. Da. 8 Alle. 8 400 Wohn falten. Gern mal nur 5. Da ist auch ein Snipper. So, da ist noch ein Gegner, gell? Nein, ich hab's markiert. Hä, wo ist das Einkaufsding? Selbstwiederbelebung? Na, wo? Und Schilde. Ja, kann ich noch nicht. Was? Geh, da. Wie viel brauchst du noch? Fünf, ich gar nicht. Ja, jetzt kannst du das. Heute gemacht, heute gemacht. Ich hab wieder eingesammelt. Da liegt noch was. Na, ich hab. Ich bin freut. So, na gut. Ja, Schilde. Ja, pass auf da, oder? Wie gesagt, da drüben waren noch Gegner. Wie werden sie mal in der Hütte nochmal checken? Wie werden sie mal in der Hütte nochmal checken? Das war doch auch einmal Deutsch, ne? Ja. Wenigstens bin ich nicht die Einzige. Das ist ja umgelobt. Das ist ja umgelobt. Ja? Ja? Das hat so leicht getradet. Wer, wo ist? Hetz, gern, Hetz, was soll. Gärnnn. Ach, Gänger. Wer? Wo? Irgendwo der Grün. Wasser. Ich hab's nur gehört. Ich mag da auf den Dachlaufen. Über den Uppschläpp. Hat er dich gesehen? Nein, ich hab den nicht gesehen. 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 Uh, Anschlussungspflicht. Na ja, wurscht einmal. So. Du kriegst das Dachlaufen. Wo wollt ihr denn hin überhaupt? Dort sind Gegner, die sind aber weit weg. Ja, ich hab das Map, aber ich seh da auch von... Oh ja, von den Feinds. Da auf der Left. Wo schaust du hin? Hinten, weil... Ist ja markiert worden. Ist ja... Können wir so aufrissen und fliehen, oder? Was? Da ist denn der. Ja, 150 Meter. Habe ich auch gesagt, der eine ist... Das sieht ja nicht aus. Wo ist der Rest? Vom Schützenfest? Keine Ahnung. Da dazu rennen wir Richtung Kreisel, oder? Ja, ist ja irgendwo eine Kiste. Am Tage. Nee. Ich, ja, ich hörste da. Ist ja der Kiste. Ja. Ich bin da mal rausgejumpt jetzt. Mhm. Mit der Seite. Ich hab ja den Sniper montiert auch nicht. Da ist auch noch eine Kiste drin. Ja? Ja. Ich hätt's gern ein bisschen besser Sturm gewesen. Ja. Ja. Das hätt ich gern mehr. Ja, jetzt haben wir da eine Ausrüstungskiste. Oha, wir sollten nicht so zahlen. Ja. Ich hab gerade gesagt. Nein, wir gehen ja zum Fuß. Wieso? Wann kommt man wieder? Ich renn hinter noch zu. Ja. Ich mach das Fuß voll. Okay. Ich hab offen für die Auslieferungskiste. Ja. Ja. Ja, ich hab ja noch mehr viel. Alter, wo häng ich denn da schon wieder? Also, bist du mit oder nicht? Geht schon, ich bin... ... in der Nähe Richtung. Ja, du wirst das raked-off. Ah, ich bin angeschossen. Komm schon, komm schon. Warte, ich bin... ... mehr. Gibt's jetzt? Ja, geh. Kommt's. Du zeigst, du bist du. Da ist er vor uns. Ja, bist du wohl nicht. Ja. Ja. Ich bin auch tot. Oh, die fucking Sonne. Ja, ich bin... Ich bin weg, oder? Jo. Ja, du bist weg, oder? Ja, mit dir mal, oder? Ich hasse das wie die Beste. Im Busch ist ja gestanden. Ja. Aber wir sind noch im Gulag. Wir haben noch einen versuch. Ach. G'siessen, oder? Ja. Lache. Ach, das ist noch nicht drin. Ich hab's in der Mitte hockt. Bei den Duschen, wo die Plage kommt. Er ist bei der Plage. Ja. Ich hab auch auf ihm geschossen. Gut, Lache. Ich hock das. Er ist... Rechts. Mittig. Er kommt mittig. Nein. Hinter dir. Habe ich ihn gesehen. Bittes. Was? Was? Hallo, hallo, hallo. Warum war das halt der Opa? Wenn er gegen einen Besseren verliert. Ah, verdammt. Ja. Jetzt muss ich auch beide gekauft. Jop. So isses. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab ihn geschossen. Ich hätte doch ihn geschossen. Warum tust du deinen Scheiß? Ich weiß nicht. Ich würde aber schauen. Nein. Ha, ha, ha. Echt? Echt? Da ist noch eine Kiste. Oh. Schätze ich mal. Ja. Es sind noch viele Gegner und der Chrysler ist schon sehr klein. Ja. Ich weiß ja. Oh. Oh. Reicht jetzt? Nur eine Kayden werfen sie uns? Neh, 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 neh. Neh, neh, neh. Gute war. So. Immerhin hast du zwei Abschüsse. Ja. Ja. Dann hast du dich gemacht. Oh, äh. Dann hast du dich gemacht. Oh, äh. Auch noch hab ich mitgekriegt. Wann hab ich den zweiten gemacht. Ha, ha, ha. Ja, ja. Im Gulasch, oder? Könnt ihr? Ja. Das ist im Gulasch. Zört, ja. Ja. Scheiße, ich muss wieder auf den. Muss mir den mitnehmen. Ja. Wichtig. So wichtig mit dem Hund. Ja. Dann wird alles schon leer gehen. Muss jetzt entschuldigen. Okay, ist das auch nicht? Ja. Wurde leer gelaufen. Da ist noch pur. Genau. Prost. Ja, aber im Ockenweiler gibt es da. Stahlgetter. Da sind sie auch noch. Ja, ich weiß. Ich hab' mit dem Hund. Ja, mit dem Hund. Ja, wo ist denn? Ja, wo ist denn? Na, Brite. Ah, dann geht die. Ich hab' den Hund. Ja. Ja, mit dem Hund. Ja, mit dem Hund. Ja, mit dem Hund. Links ist auch noch gereinnt, oder? Läuft's? Das werden sie beschützen, Ole. Dann werden sie so fiesten, wenn sie nicht rein. Glaubt's schon? Zack, tot. Laug, ich brauch Ruhe. Otto. Ich war noch mal nett, den riech da. Dann geht auch einer. Ich glaube, ich verloch mit den Fingern. Der war in den nächsten Zonen. Da war's, oder? Da war's, wie der Frau. Ja. Ja. Legen wir dann dort hin? Oder holst du was? Ja, hol ich die, oder? Legst du dann gleich in die nächste Zonen, weil die kommt schon, oder? Waaah, ja, klar. Ja, so weit ist es nicht weg, da renne ich wieder zu uns. Ja, ja. Trappen und starten. Ja. Wow, von hinter mir hat mir einer gesnappt. Du rennst in die Vorschläge. Ja, ich bin im Gas, ich weiß. Waaah, jetzt ist noch einer mit mir, hört's. Das hat mich hieß zu wer. Ja, ja. Rechts auf der Straße war einer. Ja, ja. Lauchi. Ja. Ist grad mit dem Auto unterwegs. Drei. Ja. Ihn neugierter. Ja. hat er gesagt und wurde verstorben aufgefunden auto kommt zu dir beim nutzer ist gerade der auto stehen beim nutzer gegner ja auch auch ihr habt ihr in der hütten oben da kommt auch noch etwas weder muni noch sonstiges das ist der problem Ahn habe ich. Da oben am Dackel. Ja. Da. Nein, nein, bei mir, bei mir. Ja, ich mach mal jetzt noch mal Anschluss. Puh, das war knapp. Warte, da, nimm am Backel. Kommt da, ich bin da. Ja, böh, so schön. Du gibst jetzt auch viel Gas in der Zone, gell? Ja. Ja. Ja, was? Das bringt ja nichts. Das schild. Das geht ja nicht mehr aus. Ja, Alter. Scheiße. Wenn die Zone da ist, musst du reinnehmen. Ja. Scheiße. Ja, das war die erste Runde. Ja, zum ersten Mal in Metzabel raus. Ja. 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 Ja.